Ein ganz persönliches, kleines Weihnachtswunder habe ich erlebt und das macht mir Hoffnung, auch weil es so symbolträchtig ist und drum möchte ich das euch allen heute erzählen. Aber zuerst mal frohe Weihnachten, frohes Fest, aber das auch noch ausführlicher. Ja, was ist passiert? Eine hoffnungslose Lage eigentlich, wo ich schon dachte, es gibt keinen Ausweg und dann plötzlich sozusagen ein kleines Wunder. Und ich halte es für sehr symbolisch, weil wir alle schon sagten, lasst es sein, hat keinen Sinn und ich war stur. Manche haben vielleicht dann sogar gedacht, der spinnt ein bisschen, aber dank dieser Sturheit mit etwas Glück, das Wunder. Was ist passiert? Ich habe schon mal darüber geschrieben. Ich kenne einen Straßenkater, wir kennen uns schon seit über zwei Jahren, Kusja. Den Namen habe ich ihm gegeben und das ist ein ganz Lieber, der einen immer schon begrüßt, der das Futter zuerst immer den kleinen Katzental ist, der ihn dann bis zum Ende seines Reviers begleitet. Und Kusja hatte immer schon ein mattes Auge, wo er wahrscheinlich nichts sieht. Und jetzt war dieses Auge auf einmal entzündet und das andere Auge, das gesunde Auge, das er noch hat, da begann diese Entzündung dann auch schon. Also man sah das und ich habe gesprochen mit einer befreundeten Tierärztin und die sagte, ja lass das, weil du müsstest ihn einfangen und einfangen ist gefährlich. Er kann dich kratzen, er kann dich beißen, dann kannst du selber eine Infektion bekommen. Er ist ein ausgewachsener, stolzer Kater, er ist freiheitsliebend und auch andere, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, du kannst nichts machen. Ich habe ja schon den Kleinen gerettet, der krank war, dem geht es blenden, da habe ich auch schon ein Video gemacht. Und stur wie ich bin, habe ich dann gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal, ich nehme meine Katzentasche und ich gehe da hin. Vielleicht geschieht ja ein Wunder und da habe ich versucht, ihn mit Katzenfutter da reinzulocken. Und er war schon halb drinnen und dann habe ich versucht, ihn reinzuschieben. Dann ist er aber wieder raus und das zweimal und ich dachte schon, ah, kannst nichts machen. Und dann der Deus Ex Machina, also im Theater kommt dieser Begriff vor, wenn plötzlich ein Gott sozusagen aus der Maschine erscheint, der dann die Situation im Theater plötzlich löst. Und zwar ein Fischer mit der Haut gegerbt von der Sonne und vom Meereswind. Und er war zuerst sehr grob, sagte, was willst du da? Und ich sagte, ich will den retten. Und er war etwas misstrauisch, weil er sagte, dass hier oft Katzen geklaut werden oder entführt werden und von Leuten, die Katzen nicht mögen, die sie dann entweder, wie er vermutet, vergiften oder irgendwo weit wegbringen. Und ich konnte ihn dann überzeugen, dass ich gute Absichten habe, war auch ein gutes Training. Also ich spreche ja schon halbwegs gebrochen, aber ich kann mich normal verständigen. Montenegrinisch, früher hieß es sehr baukratisch, jetzt hat jeder Staat der ehemaligen Volksrepublik Jugoslawien das zur eigenen Sprache gemacht. Aber man versteht sich hier überall mit dieser Sprache. Und dann habe ich gesagt, ich will ihn zum Tierarzt bringen. Und dann hat er, der kräftige Fischer, der hat dann Kusia eingefangen. Er sagt, er hat auch schon eine Creme gekauft für Kusia für die Augen und schmiert ihm das immer in den Augen. Und dann war Kusia eingefangen. Und ich werde nie dieses Miauen vergessen. Ich spiele es mal kurz ein, wie er da in dieser Tasche dann beim Arzt sitzt. Voila. Ja, herzerweichendes Miauen. Aber er war überhaupt nicht aggressiv. Also ganz erstaunlich, sagt ja auch die Ärztin. Und die Ärztin, die hat mir dann Hoffnung gemacht, weil sie sagte, im Gegensatz zu dem, was die Tierärztin vermutet hat anhand der Bilder, sie sagte, das ist noch nichts Irreversibles, dass es eine bakterielle Infektion ist. Und sie gab ihm dann ein Antibiotikum, das drei Tage diesen Antibiotikusspiegel hält. Und sie gab mir Tropfen mit, sagte, die soll ich ihm sechsmal am Tag reinmachen, was leider unrealistisch ist. Da sind wir uns auch einig geworden dann. Aber sie sagte, Kusia hat relativ gute Chancen. Und seitdem zwei Tage verbringe ich jetzt da so teilweise eine Stunde im Gebüsch und versuche ihm die Augentropfen einzutropfen. Was bisher dreimal funktioniert in zwei Tagen, also sechsmal am Tag geht einfach nicht. Dafür weiß ich jetzt genau, wo Kusia sein Versteck, seine vielen Verstecke hat, Mia, auf welche Töne reagiert. Also ich habe mich ein bisschen in das Katzenleben eingelebt. Und ganz erstaunlich, er hat immer noch Vertrauen, er kommt immer noch her, er lässt sich auch steilen. Aber wenn die Tropfen dann, wenn er die sieht, dann wird er misstrauisch. Der Fischer, dem ich auch Tropfen gekauft habe, damit wir uns da abwechseln können, der hat es mit etwas mehr Nachdruck versucht. Und dem weicht Kusia jetzt seitdem aus. Also sehr, sehr schwierig. Und teilweise kommen schon die anderen Katzen und schauen dann, was macht dieser Mensch da mit ihrem Kumpel. Also ich bin ein bisschen in die Katzenwelt abgetaucht. Und wie gesagt, die Chancen sind gut. Gut, jetzt schauen wir mal weiter. Vielleicht müssen wir versuchen, den Kusia nochmal einzufangen und nochmal so eine Dreitagesdosis Antibiotika zu geben. Aber es sieht jetzt schon besser aus. Warum ist diese Geschichte so symbolisch? Weil sie in meinen Augen zeigt, man muss auch in ausweglosen Situationen, in Situationen, die ausweglos scheiden, muss man weitermachen. Man muss fest daran glauben. Und dann gibt es eine Chance, dass so etwas passiert wie hier mit diesem Fischer. Und ich habe das gleich auf Deutschland übertragen. Ich denke auch, wenn jeder sagt, ach, das wird nichts mehr oder alles hoffnungslos, dann wird es auch nichts mehr. Aber man muss daran glauben und man muss alles tun, noch viel wichtiger, alles tun, was man tun kann. Und sich einfach nicht nur hinsetzen, wenn ich mich nur hingesetzt hätte und gesagt hätte, ja, hoffentlich wird das mit dem Kusia. Aber ich kann eh nichts tun, dann wäre es nichts geworden. Und genauso ist das mit dem Land. Sich alle nur hinsetzen und sagen, ja, ich kann noch nichts tun, dann wird auch nichts passieren. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass mich der Fischer jetzt schon eingeladen hat, mit ihm rauszufahren aufs Meer. Und die anderen Fischer kennen mich jetzt auch schon alle. Ich habe zwar im Normalfall keine Zeit, aber die Zeit muss ich mir jetzt nehmen. Und dass dieser Fischer und ich, dass wir schon vereinbart haben, dass wir weiter den Katzen helfen. Er kennt etwas weiter in einer Nachbarstadt, kennt eine Katzenklinik, kennt da die Leute. Und da schauen wir jetzt, dass wir jetzt auf die Reihe kriegen, dass wir mehr Katzen kastrieren oder auch Krankenkatzen helfen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache in meinen Augen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich ein bisschen von der Unterstützung dann auch für die Katzen abzweige. Und ich habe mir jetzt überlegt, das letzte Video, da ging es ja um diese unglaubliche Einstellung, dieses Ermittlungsverfahren wegen dieses Blumentopfwurfs Richtung meines Kopfes. Damals bei der Demo 2021. Und die Staatsanwaltschaft hat das eingestellt. Der Kriminologe Oberndorf hat ja gemeint, das gibt für ihn sogar den Anfangsverdacht der Strafvereitelung. Ich als Laie will so weit nicht gehen, aber es ist ausgesprochen merkwürdig. Und viele haben mir geschrieben, ich soll mir das nicht gefallen lassen. Und tatsächlich, ich überlege mir das jetzt nochmal gründlich. Und ich denke daran, es meinem Anwalt zu geben, dass der Akten an sich dann beeintragt und gegebenenfalls vorgeht. Wer da weihnachtlich noch etwas dazu beitragen kann, da freue ich mich riesig um Unterstützung. Also hat dreifachen Effekt. Meine Arbeit ist natürlich das Allerwichtigste, aber auch Katzen und Gerechtigkeit. Vielleicht oder zumindest der Versuch mit diesem unglaublichen Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Ja, das war die Weihnachtsgeschichte. Ich habe auch noch viele andere Geschichten zu Weihnachten auf meiner Seite. Eine zum Beispiel in Italien, wie da in einer Schule versucht wurde, das Jesuskind durch den Kuckuck zu ersetzen. Auch wieder nicht wie bei uns. Die Italiener, die nehmen das nicht so einfach hin, die Mehrheit. Und es gab so massiven Protest, dass die Schule das rückgängig machte. Und die Regierung, die Meloni-Regierung, die böse, böse, böse hier für die deutschen Medien, die will jetzt sogar Weihnachten per Gesetz schützen, wo unsere Kulturkrieger hyperventilieren. Aber das zeigt auch wieder, man kann etwas machen. Und das soll meine frohe Botschaft sein. In diesem Sinne euch allen ein wunderschönes, besinnliches, ruhiges, frohes Weihnachtsfest, das Licht aufgeht für euch in den Familien, in eurem Privaten, aber auch für unser Land, für unsere Gesellschaft, dass sich etwas wandelt zum Guten, dass von irgendwoher ein Wunder geschieht. Wie in dem Fall mit dem Straßenkater. Kuss ja, warum ich diese Geschichte so unglaublich bewegend finde und warum ich sie mit euch teilen wollte. Also das letzte Mal gab es dann böse Leute, die sagten, der Reitschuss macht jetzt schon Katzengeschichten. Wer so empathielos ist, der tut mir leid und für mich sind diese Katzen mindestens genauso wichtig, wie manche Leute, über die ich oft berichten muss. Notleidend, ich glaube, ihr wisst, was er meint. Und ich würde mich schämen, wenn ich keine Empathie hätte, wenn ich nicht versuchen würde, den Katzen zu helfen. Wenn ich da sehe, dass so ein Tier leidet, auch da kann ich einfach nicht zuschauen. Und genauso wie ich bei der Politik nicht zuschauen kann, ist wahrscheinlich einerseits ein Fluch, andererseits ist er auch ein Segen. Ich bin froh, dass ich diese Empathie habe und ich bin überzeugt, die meisten von euch sind auch Herzensmenschen und die verstehen wunderbar, was ich meine und viele von den Hassern, die werden es leider nie verstehen. Aber das ist deren Problem. Und ihr seht, es tut einem auch selber gut, wenn man helfen kann und wenn man etwas macht. In diesem Sinne, ich drücke euch frohe, frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Lasst es euch gut gehen. Und wie gesagt, wer noch unterstützen kann, freue ich mich auch riesig. Und niemand soll sich aber deswegen Kaffee absparen oder gleich. Bitte nicht, bitte wirklich nicht. Nur, wem es nicht wehtut. Alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein neues Buch ist raus, Endlich mit Aktien Geld verdienen. Ich bin Max Otte, seit 40 Jahren an der Börse, manage 6 Fonds und habe hier mein gesammeltes Börsenwissen niedergelegt. Auf der Webseite zum Buch www.endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de also endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de gibt es viel Zusatzmaterial, wenn Sie sich registrieren. Da können Sie dann auch viele Beispiele durcharbeiten. Schauen Sie rein, freuen Sie sich aufs Buch. Ich freue mich auf Sie.